So, herzlich willkommen bei Streaming for Fun. Ja, es geht wieder los mit, ja, mit, was geht los mit Bausimulator. Ja, eine, zwei Folgen, ja, Bauplan. So, wir bauen, was bauen wir heute? Wir bauen heute eine Villa mit gepflasternden Einfahrt. So, ich wollte schon sagen. Oh, ja, guck mal, wie viel Elan unser Mannino besitzt. So, jetzt wird er mit einem Bagger. Los. So, jetzt wird er mit einem Bagger. So, jetzt wird er mit einem Bagger. So, muss er mal eine Patina holen? Diese Kalbe trieb doch nicht mehr für die Patina. Mani, das sind die gebackten Autos in Ruhe. Oh! Oh! Ja, Manni, Manni. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich hoffe, dass es hier nicht funktioniert. So, jetzt geht es los zur Baustelle. So, jetzt geht es los zur Baustelle. So, jetzt eben noch die Baustelle heraussuchen. Das dauert jetzt noch ein bisschen, dass er das gefunden hat. Da ist auch nicht mehr die jüngste der Manni. Das ist die Baustelle, ne? So, jetzt geht es los. Und ja, jetzt hält er sich natürlich auch wieder an die Verkehrsregeln. Also, ich mach schön schnell fahren. Und schon bist du am Ziel. Okay. Ich hoffe, dass die BAG nicht da ist. Jetzt geht's. Und ja, Marianne. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 So, jetzt müssen wir jetzt die Kontinne wiederholen und dann nach oben. Können wir da wahrscheinlich wieder ein Schnellverfahren. So wird es. So wird es. So, und jetzt geht es wieder zum Erdbecker, zum Kieswerk für die Erde. So, hier wird der Erdbecker auf die Bisschen, die er untersucht hat. Jetzt geht es schon wieder. Jetzt kommt der Doktor rum, der das überprüft uns. Und dann ums Geld mit 14.5 Euro Gast, ich hoffe ja. Und jetzt geht es wieder nach Hause. Und jetzt geht es wieder nach Hause. So, mit dem Fahrzeug dann in der Baustelle. Ach, da ist er enthalten. So, und dann sagen wir es schon mal langsam. Auf Wiedersehen. Lasst die Daumen nach oben, nach Norden. Und ja, wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Und dann machen wir jetzt noch mal in Ruhe. Bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.